Herzlich Willkommen zur zweiten Folge Philosophie Grundkurs im Themenbereich Staatsphilosophie. Thomas Hobbes, der Leviathan. Diesmal mit einem kleinen Corona-Special zur Wiederholung. In den Supermärkten herrscht der Kriegszustand. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf geworden, wenn es um Toilettenpapier geht. Die Menschen sind gleich und haben deshalb die gleichen Bedürfnisse. Sie wollen doch einfach nur auf die Toilette gehen. Aber dazu brauchen sie Toilettenpapier. Und was wäre, wenn jemand anderes dem anderen das Toilettenpapier wegkauft? Deswegen kaufen die Menschen einfach noch mehr Toilettenpapier, damit sie sicher sind. Aber dann gibt es in den Supermärkten nur noch ganz wenig Toilettenpapier und die Menschen müssen sich um Toilettenpapier prügeln. Wie sie merken, ist der Naturzustand bei Hobbes kein tragbarer Zustand. Entweder man muss jemandem etwas wegnehmen, das man dringend benötigt. Oder man muss fürchten, dass jemand anderem einem selbst dieses dringend benötigte Gut wegnimmt. Ein nicht wünschenswerter Zustand, der aufgelöst werden muss. Bei Hobbes passiert das Ganze so, alle setzen sich zusammen, sagen, das geht jetzt so nicht mehr weiter, der Naturzustand. Wir unterzeichnen jetzt einen Vertrag, geben alle unsere Macht und Freiheit ab und erlangen dafür Sicherheit. Bei Hobbes wird diese ganze Macht an eine einzelne Person oder Gruppe von Personen, die sich allerdings sehr einig sein müsste, übergeben. Das nennt Hobbes dann das Souverän, den Staat oder auch, titelgebend, den Leviathan. Gucken wir uns nochmal das Titelbild an. Wir sehen eine riesige Person über einer Landschaft mit Krone, Schwert und Zepter, also dem Souverän. Und diese Person besteht, wenn wir genauer hinsehen, aus ganz vielen kleinen Menschen, das Souverän ist, so sagt es Hobbes, wie wir hier an diesem Bild sehr gut sehen, die in einer Person vereinte Menge. Homo hominideus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Das Ganze klingt ja jetzt eigentlich sehr friedlich. Die Menschen haben alle beschlossen, wir wollen uns nicht mehr bekämpfen und geben unsere Macht einfach einer Person ab. Warum heißt das Ganze jetzt so wie eine schreckliche Mythengestalt aus der jüdisch-christlichen Sagenwelt, eine Mischung aus Drachen, Schlange und Wahl? Tja, wenn Sie sich mal überlegen, eine Person wendet sich jetzt gegen diesen Vertrag. Der Leviathan, das Souverän, wird diese Person mit der vereinten Macht aller Personen treffen, beziehungsweise alle Personen müssen eigentlich Angst haben, dass wenn sie diesen Vertrag brechen, dass ihnen etwas ganz, ganz Schreckliches widerfahren wird. Im Forum würde ich Sie jetzt mal bitten, sich mehrere Fragen, mit mehreren Fragen auseinanderzusetzen. Und zwar, welche Vorteile, auch im Hinblick auf das, wie die letzten Stunden so abgelaufen sind, welche Vorteile bietet ein solches absolutistisches Staatsmodell und welche Gefahren birgt es? Und wenn Sie sich den Text nochmal genauer ansehen, wie ist es möglich, den Leviathan zu stürzen? Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns.